Wie wird man eigentlich Fahrpersonal bei den Grazlinien? Hallo, ich bin hier in einer Straßenbahn. Und wenn du auch Straßenbahnfahrer werden möchtest, dann musst du noch ein bisschen Geduld haben, denn erst mit 21 Jahren kannst du dich als Fahrer oder Fahrerin bei den Grazlinien bewerben. Und dann brauchst du natürlich einen Führerschein. Du solltest immer nett und freundlich zu den Fahrgästen sein, aber vor allem sehr konzentriert bei deiner Arbeit, denn du bist ja auch für die Sicherheit von diesen zuständig. Dann bekommst du eine Ausbildung. Die Grazlinien haben nämlich eigene Fahrlehre für Straßenbahnen und Busse. Du kannst auch einen Führerschein für beide Sachen machen. Das nennt sich dann duale Ausbildung. Das war's für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Euer Hansi Fragten Hansi, eure Holding Graz